Und wir bleiben bei der Forschung. Es gibt smartes Insulin. Und zwar haben Forscher eine neue Art von Insulin entwickelt. Sie haben es bisher erfolgreich an Schweinen und Ratten getestet. Das Insulin ist klug, indem es sich dann quasi anpasst an die Aktivität und das Glucoselevel im Blut. Somit werden dann hohe Spitzen abgeflacht und zu niedrige Level verhindert. Es sollen mehrere Arten dieses Insulins derzeit entwickelt werden. Damit soll den Ärzten eine individuellere Therapie für ihre Patienten ermöglicht werden.